Hallo und herzlich willkommen hier bei MacGyver, dem kleinen Bombenguide. Wie entschärfen wir unsere eigene Bombe hier? Ja, wir haben die nächste Bombe, unsere Bombe 2. Something old, something new. Ist das die erste? Double your money. Ich glaube, das hier ist die nächste Bombe. Ja, das ist eine Bombe. Something old, something new. When this thing a familiar bomb becomes comforting, no matter, this bomb will only be half comforting. Okay, also die wird doppelt so schwer, die Bombe. Wir haben aber drei Module, wir dürfen uns drei Fehler erlauben. Und dann haben wir wieder fünf Minuten Zeit. Schaffen wir das? Ja, ich denke schon. Okay, alle Wettel sind eingesetzt im Stream. Dann können wir starten. Auf die Plätze, fertig, los. So, was hast du denn? Ja, ja, jetzt kommt erst wieder die Warnung, dass ich auf keinen Fall ins Manual bei dir reinschauen darf. Gott sei Dank ist das über, über, äh, okay. Also, ich nehme die Bombe ran. Es geht los. Ich habe unten ein, äh, Monitorfeld mit vier Zahlen drunter. Okay, vier Zahlen, warte. Also, es steht eine 2 in dem Display drin und unten ist 2, 3, 1, 4. Okay, warte mal. If the display is 2, press the button in the second position. Okay, da ist eine 3, die drücke ich. Okay, hat gestimmt. Jetzt erscheint eine 3 und unten stehen die Zahlen 3, 2, 1, 4. Dann, first position. Okay, hat gestimmt. Jetzt erscheint eine 2. Dann, press the, ach du scheiße. The button with the same label you pressed in stage 1. Äh. Ah, was war denn das? War das eine 2, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das war die second position. Entweder war es die 2 oder die 3. Ich drücke mal die 2, oder? Wir haben ja drei Fehler. Mach mal. Ja, mach mal. Ah, war ein Fehler. Ah, scheiße. Jetzt erscheint eine... Ach, ich muss alles nochmal machen. Scheiße. Oh, fuck. Okay, ich, äh... Es erscheint eine 4. Es ist jetzt wieder stage 1, oder was? Ja, ja, es ist jetzt wieder... Wieder allererstes. Okay. Äh, in der 4. Position. 4. 4. 4. Da ist eine 4. Okay. Okay, 4. 4. Ähm, die 1 erscheint jetzt oben drin. Äh, dann press the button labeled 4. Okay, der ist in der 2. 4. 4. Okay. Jetzt erscheint eine 1 oben. Dann, äh... Press the button with the same label you pressed in stage 2. Also eine 4. Okay. Gut. Hat auch geklappt. Jetzt erscheint eine 2 oben. Äh... Press the button in the first position. Das ist eine 2. Also 4, 4, 4, 4, 2. Ja, genau. Und jetzt... An erscheinender 1. Äh, with the same label you pressed in stage 1. Also noch eine 4. Hat geklappt. Sehr schön. Sehr gut. Wir haben noch 2 Minuten 14. Jetzt kommen wir wieder zu den Drähten. Ich habe 6 Drähte. Es ist weiß, blau, blau, gelb, rot, weiß. Weiß, blau, blau, gelb, rot, weiß. Äh... Ich habe oben den Leuten das CLR... Letztes. Ah, war falsch. Scheiße. Äh... Wir haben noch einen Versuch. Dann den vierten. Eins, zwei, drei... Oh, hat geklappt. Ich habe oben wieder einen weißen Button mit Press. Weißer Button mit Press. Äh... Mach dir keinen Stress. Wir haben noch eine Minute. Wie viele Batterien hast du? Äh... Ich habe... Oben... Zwei kleine Batterien. Äh... Label FRK? Äh... Nein. CLR und MSA. Aber das leuchtet nicht. Okay, dann wieder wie vorhin. Äh... Welch drücken... Welche Farbe hat der Schraube... Dann wieder bei eins. Hat geklappt. Wir haben es jetzt schon... Äh... Bei 18 Sekunden hätten wir noch gehabt. Oh, Scheiße. Ach, der Scheiße. Oh, Scheiße. Das war echt... Das war echt... Äh... Ah, ja. Erfährt. Äh, Push 3. Danke... Danke für den, äh... Für den Hinweis. Äh... Ich habe... Wir haben es leider zu spät gelesen. Jetzt gerade. Vielen Dank für deine Hilfe trotzdem. Oh, Mann, ey. Ach, krass. Ich bin hier fett am Mitfiebern und ich habe keine Ahnung, was du machst. Du, das... Du, also bei dem Spiel, ich habe echt, äh... Wie soll ich sagen? Mein Herz schlägt jetzt gerade echt ein bisschen schneller. Komm, wir machen direkt noch eine. Das ist echt aufregend. Okay, ich stoppe ganz kurz die YouTube-Aufnahme. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Morgen gibt es die nächste Folge. Hier bei unserem Bomben-Squad-Team. Äh, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner, die im, äh... Ja, die im Stream halt eben mitgewettet haben. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Krass, das Spiel macht echt Spaß. Ja. Okay, bis morgen. Ciao, ciao.